Edelring ist wieder am Start. Wir gehen ins Endgame, Leute. Also wir sind ja eigentlich schon im Endgame. Viel kann es eigentlich nicht mehr sein. Viel kann es nicht mehr sein. Aber es ist noch ein bisschen was. Wir haben auch noch ein paar Bosse vor uns. Tatsächlich spiele ich mit dem Gedanken... Na, ich will noch nicht zu viel sagen. Schauen wir mal, wohin die Reise geht, wie sich es entwickelt. Die Ladezeiten sind deshalb so lang bei Edelring mittlerweile, weil ich so viele Waffen gesammelt habe. Die muss ja alle in den Speicher laden. So, Leute. Wir sind hier immer noch in diesem Gebiet. Und haben es hier mit dem roten Feuergolem zu tun. Ich habe mal eine Frage. Warum, wann... Also, ich habe hier nochmal gewechselt, weil wir letztes Mal haben wir festgestellt, wir haben auf dem Schwert... Flame Art oder Fire? Fire hat halt mehr Base Damage. Aber ich glaube, Flame Art ist besser für die Skills. Kann das sein? Ist das der Unterschied? Was haben wir hier? 414... Ach, wir können es doch auch einfach uns anzeigen lassen. Was haben wir? 2054. Und bei Flame Art ist es 1700. Also, es ist schon ein Unterschied von 300. Wenn ich auf Fire gehe. Deshalb bin ich nicht sicher. Allerdings ist der Buff dann, glaube ich... Wir können ja mal gucken. Wir machen jetzt... Haben wir 2054. Und jetzt durch den Buff haben wir 2281. Okay, 2280 mit Fire. 2281. Jetzt machen wir mal Flame Art. 2281. Bitte merken. 2281 zu... ...1980. Es tut mir leid. Ich raff nicht, warum Flame Art besser sein soll. Ich gehe auf Fire. Ich weiß nicht, warum alle sagen, ich soll das mit Flame Art machen. Ich habe auch, ehrlich gesagt, im Internet nicht viel Gutes gefunden. Zum Unterschied zwischen Flame Art und Fire. Aber 300 Damage sind 300 Damage. Ja, das ist das Ding. Flame Art ist, glaube ich, dann habe ich mehr Faith Scaling. Und das ist halt bei diesem Build jetzt gerade noch ein bisschen dumm für die Waffe. Eigentlich ist es Quatsch, dass ich mit dieser Waffe spiele. Weil ich halt kein Faith Build habe. Ich habe schon überlegt, ob ich umskillen soll. Ob ich ein bisschen mal umskillen soll auf ein Faith Strength Build. Es gibt viele interessante Spielmöglichkeiten mit Faith. Vor allen Dingen die ganzen Feuersachen kannst du halt richtig bis in die Unendlichkeit buffen. Allerdings müsste ich dafür aus Dexterity rausgehen. Und ich habe sehr viele Waffen gespielt, die auch Dex-Waffen sind. Vielleicht wäre es am schlauesten, wenn ich einfach 50 Level farme. Aber das dauert halt einfach mal ewig. Ah, Decisions, Decisions. Es ist schwierig, Leute. Es ist schwierig. So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, was wir machen. Wir bonken. Wir bonken. Na? Wir bonken den Fire Golem. Oder werfen wir was oben rein in den Fire Golem. Das können wir natürlich auch machen. Wir können natürlich auch beides machen. So, was haben wir denn an Pods für den Fire Golem? Heavy Furnace Pot. That's the place to be. Heavy Fire Pot geht auch. Wo denn? Da. Okay. Das müsste eigentlich... Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz. Was habe ich denn eigentlich für komische Talismäler? Das ist ja jetzt Quatsch mit Feuer. Wir könnten hier Jump Attack reinnehmen. Ich hau' ich am besten zu. So, oder? L1. Okay. Okay. Let's go. So, wir können ihn unten an den Füßen machen. Wie immer eigentlich. Wir können natürlich aber auch einfach irgendwas entgegen. Boah, den habe ich aus dem Auge verloren. Ich kann uns ja nicht so richtig reden. Ich kann uns ja nicht so richtig reden. Was? Was? Wieso denn? Hä? Ich bin noch gejumped. Ich bin noch nicht so richtig gewesen. Ich bin noch nicht so richtig. Ich bin noch nicht so richtig. Es ist tricky hier mit der Kamera-Perspektive. Oh, 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 oh. Stark von mir. Oh, der Grab. Hält aber gut was jetzt. Hä, okay, da kann man nicht drüber jumpen scheinen, ne? Wieso? Stagger der nicht jetzt? Habe ich nicht geguckt, wie viel Energie er noch hat. So. Könnten wir es so weitermachen, wir können aber auch. Hier muss irgendwo ein Spring sein. Ah. Juhu. Jetzt für den Final Blow. Das müssen wir nur noch finden. Hä, wie soll ich da hin? Jesus. Okay, so. Oh. Scheiße. Der sitzt. Nee. Nee. Was? Alter, das gibt's doch nicht. Da geht er rein, oder? Ja. Okay. Crimson Sepping Cracked Tear. Crimson Sepping Cracked Tear. Stark. Er ist runtergefallen? Jetzt wirklich? guck mal da. Was bewacht er wohl? Wissen wir nicht. Mottelt Necklace 2. Okay, wir gucken mal, was wir hier überhaupt gekriegt haben. Grants Attacks. HP Restoring Effect. Mixed Physik. Oh, das ist gut für das Blasphemous Blade. Und das ist Vastely. Raises Robustness. Immunity and Focus. Oh man, das ist gut. So, der Boy ist weg. Jetzt können wir versuchen, da hinten kommen wir von da oben. Ne, da wären wir von hier. Wir müssen die Area, die Area da unten auf jeden Fall noch ein bisschen genauer angucken. Hab ich da grad was gehört? Okay, wir können natürlich von der Spring auch da hinten hin hüpfen. Da können wir hin hüpfen. Hab ich gesagt, müssen wir erstmal hier abchecken. Bisschen verwirrend hier dieses Level. Boah. War ich da schon? Na, da kommen wir ja ganz einfach von ganz unten hin. Ich bleib erstmal hier. Okay. Hm. Guck mal, hier sind Zeichen in der Luft, sehe ich gerade. Hä? Okay, hier scheint ein unsichtbares, what, unsichtbarer Weg zu sein, wie, na es gab es ja schon mal, in den Concentrated Snowfields, meine ich. It's possible. Aber sieht man auch nur so, wenn man online spielt, tatsächlich, hier unten ist hier, was ist denn das? Was hängt da? Oh, Spinnen. Das ist ein ziemlich großes Gebiet hier tatsächlich, sehr unübersichtlich, hier kann man wirklich leicht mal was übersehen. Übersehen. Habe ich noch einen Köter? Ein Möter, half Mensch, half Köter. Oh. 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 Mann! Was macht mir denn hier schon wieder das Leben schwer? Nein, da fällt aber was aus. Scared... Sacred Bloody Flush. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Okay, Leute, ihr fragt mich immer so oft nach diesem Stuhl, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe den in diesem finnischen oder schwedischen Möbelladen, Jirsk oder wie der heißt, gekauft. Und wie der Sessel heißt, weiß ich nicht, aber einer hat 200 Euro gekostet, also relativ überschaubar für so einen Sessel. Ich müsste mal auf der Jirsk-Seite schauen. Dänisch, okay, sorry. Was haben wir hier? Oh nein. Das sind die Wichse. Ich weiß nicht wie, aber sie haben uns gefunden. Nehmen wir mal ein Schlückchen. Krabben-Face. Hm. Oh, okay, ich muss ihn gar nicht rauslocken. Komm her! Oh, okay. Oh. 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 What the fuck? Ich hab ihn erwischt. Oh, immer das scheiß... Scarlet Rod ist das. Jesus. Das sagt ja auch keiner aus. Oh, Schweinchen. Das ist nix. Das ist auch nix. Ehrlich gesagt, will ich eine andere Waffe benutzen, Leute. Was wollen wir denn nehmen? Ähm... Lass doch ruhig das nehmen, oder? Und vielleicht noch zur... Zweitverwendung... irgendwas kleines, schnelles. Ne, das war dumm. Das war's. Oh... Das war's. Scarlet Bird. Wow. Bin ich voll gefressen, ey. Tot. Tricksviech. Scheiße, hier wieder? Scheiße, hier wieder? Mal gucken. Wo der Feuer-Golem weg ist. Wo gibt's nix zu sehen? So, wo waren das jetzt? Hier? Irgendwie da oben, ne? Muss ich erst hier... Sieg. Das war's. So, gut. Das war's. Ich bin dagegen. Es ist zufrieden. Entweder. Die sind immer so scheiße, die mache ich dann doch lieber auf diese Art. Hefti rot pot. Oh, der da hinten hat natürlich wieder überlebt. Okay. Das haben wir doch ganz gut hingekriegt. Smithing Stone 2. Ah, ich sag nix. Alles dazu gesagt. Ist auch nix. War ich hier schon? Ah, das ist natürlich unfortunate. So jetzt sind wir wieder hier. Wo ich jüngst gestorben war. Das sind schon kleine, richtige kleine Wichser sind es. Kann man nicht anders sein. Das ist die beste Threat-Spares. Jetzt gehen wir anders rum und holen uns den letzten. Ja genau. Wallhack, alter. Ok. 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 Das ist das was die auch benutzen. Ok. 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 Unnötig. Sorry, was ist denn? By the way, warte mal. Guck mal hier. Wenn man nicht ganz nach oben geht, sondern nach da, was passiert denn dann? Oh oh. Guck mal denn hier. Ja, da sind wir genau an dem Punkt nämlich. Guck, das war ja super von mir. Mal wieder. Oder? Nee, das ist was anderes. Hä? Da sind zwei von den Fuckern. Komm her, Boy. Stark. Ja, das ist so cool. Schie Change. Schiepf- Ja? Was ist das? Schiep... Uhhh... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Alter, was geht hier ab, ey? Jetzt werde ich aber langsam pissig, ey. Arschloch. Mann, ey. Arschloch. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Was ist eigentlich hier? Topfboy da oben, Leute. Wie soll man den da oben kriegen? Oh, du, dass der verschwindet. Huch. Kannst du dir das? Oh. 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 Topfbräu ist noch da oben. Topfbräu ist noch da oben. Kommen wir da hoch? Das wäre es noch da oben. Ich bin der ich. Die Köhne, nicht mehr. Sie wissen, dass den Kopf zu sehen. Ey, das ist so ein verwirrender Dungeon hier. Hier könnte ich runter. Soll ich gescheit herüber hüpfen, glaube ich? Hm. Moment, das ist doch ein Aufzug. Ist das hier ein Durcheinander, Leute, ey. Wer spuckt? Wohin war ich hier schonmal? Das kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Oh, Jesus, come on. Aspects of the Crucible bloom. So. So, das ist, wo wir hergekommen sind. Nur zwei Ebenen drunter quasi. Ich schätze mal, diese Aspects, das war auch schon alles, was es hier gibt. So. 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 Somba Smithing Stone 1, klasse. Jetzt reicht's. Okay, hier scheint sonst nichts mehr zu sein. Was da oben sieht auch interessant aus. Wir gehen auf den Aufzug, dann gehen wir nach oben und dann versuchen wir eine Topfboy zu holen, wenn er noch da ist, hoffentlich. Pssst, da ist der Topfboy. Nein! Was? Aufzug? Hä? Hä? Ja, sag' mal. Ich hab' doch gar nichts gemacht. Irgendjemand den Aufzug betätigt? Okay, da ist der Topfboy. Hinrennen und killen. Er springt runter! Die Sau! Aber ich hab' ihn! Hä? No Drop? Dann hab' ich den schon gemacht? Welch übles Spiel wird hier mit mir gespielt! Ey! Hä? Ich sag' ja, das kam mir irgendwie bekannt vor. War ich da vielleicht doch schon? Aber warum hab' ich dann die Items hier nicht mitgenommen? Das macht alles überhaupt keinen Sinn ehrlich gesagt. Aber hier dieser Aufzug mit dem Schalter, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier war ich schonmal? Das ist die einzige Erklärung, warum der nichts gedroppt hat. Ich erinnere mich aber Null hier dran, ehrlich gesagt. Hier ist auch tatsächlich sonst nichts außer dem Topfboy. Okay. Wir gehen hier weiter. Sehr vertikales Level hier. Sehr vertikales Level hier. Sehr vertikales Level. Fuck it jetzt. Alter, was ist das für ein Hurensohn? Okay. One down. Alter, haben die eine Fick-Kombo hier? Da geht er down, oder? Nein, ihr lebt doch! Jesus! Kann es sein, dass ich hier schon mal von der anderen Seite hingekommen bin? Das kommt mir nämlich mit den zwei Dudes hier doch ein bisschen bekannt vor. Was? 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 Ah ja, Moment. Das ist wirklich ein äußerst verwirrendes Level. Da ist der Bogenschütze. Wollen wir natürlich auch nicht triggern. Was ist hier unten dann? Oh, ich habe ihn getriggert. Nice. Ja, hier in dem Dungeon war ich da auch schon. Spirit Calculus scheinbar doch nicht. Hier war ich noch nicht. Hier ist auch wieder ein Aufzug. Alter, was ist das für ein Dungeon? Das macht einen ja Kirre hier. Der ist richtig gut zu bekämpfen. Ja, leck mich doch an der Peniswurzel. Wirklich, du! Mann! Mann! Das sieht hier alles gleich aus, Mann! Auf zwölf Stockwerken! Scheiße da! Jetzt gucke ich erstmal hier die Arena an. Mit Golem brauchen wir uns nicht mehr überlegen. Das war's für heute. Ja, hier geht's jetzt auch hoch. Alter, es geht hier überall weiter. Das ist ja riesengroß. Da ist ein Bonfire. Das hab ich noch gar nicht, oder? Guck an. Da geht's rein. Boah, hier geht's wirklich in zehn verschiedene Richtungen. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Hm. Hm. So, was ist denn, wenn wir jetzt hier von dem Jump Head nach oben gehen? So, hier. Hier war ich doch auch schon. Ist auch wieder so nervt. Dude. Genau, da bin ich doch irgendwie hingekommen. Von da, glaube ich, ne? So. 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 jetzt sind wir oben. vec меч Cassie. So. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hier muss ich noch mehr das machen. Aha! Das sieht auch sehr auffällig so aus, als ob man da lang soll. Da unten mal ein Item. Kann ich hier einfach droppen? Ich bin mir nicht sicher. Die Perspektive lässt es mich nicht eindeutig erahnen, ob ich hier straight... Wenn, dann sollte ich wahrscheinlich einfach hier so nach vorne laufen. Das wäre besser. Haha! Ah! 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 Soll ich das besser mit Pferdchen machen? Dann habe ich zumindest den Extra-Jump noch, ne? Freilich, sicherlich. Ja, das schaut aus, als ob da hinten noch was ist, ne? Das müssen wir ausprobieren, Freunde. Ja, sicherlich. Da gucken wir sicherlich. Was ist das? Was soll denn da nicht, Peter? Was habt ihr euch angeschaut? Wird es jemals wieder ein Royal Beef geben? Hm. Also man soll ja nie, nie sagen, aber... Ich weiß nicht, ob unsere Psychen das noch verkraften. Anders gefragt. Würdet ihr euch das angucken, wohl wissend, dass es uns kaputt machen würde? Talisman of all Crucibles. Auf jeden Fall, ja. Mit der Antwort habe ich tatsächlich gerechnet. Oh man, Grants effects of all Crucible talismans. Hä? Is das hier, oder? Ten im Okay. Es benutzt damage taken from critical hits and headshots. and improves the effectiveness of rolling and backstabbing, but also increases damage taken at all times. Ich verstehe. Aber sonst war hier nichts. Gut, dann können wir hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang und dann kommen wir hier. Eines Tages werde ich dafür belohnt werden, Chad. Eines Tages. Wie viele Stunden bin ich schon im DLC? Ich weiß es nicht genau. Ich würde mal tippen 60, 70. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, so. Hier, da kommen wir zum Bogenschützen. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, was ist da drüben? War ich da schon? Ich glaube, da war ich noch nicht. Und irgendwo gab es da auch noch die unsichtbare Brücke. Das war ja auch noch. Nein, ich Idiotenopfer! Okay, wir haben Gott sei Dank gerade das Bonfire. Ja, aktiviert. Alles halb so schlimm. Unnötig, natürlich, aber nicht schlimm. Da war sie übrigens nicht, die unsichtbare Brücke. Guck mal, das ist eine Kirche oder sowas. Wo kommen wir denn da hin? So, können wir uns jetzt erstmal um den Bogenschützen? Oh, du sausackige Ratten. Bissgeburt, ey. Das war nicht schlecht. Respekt. Das war nicht schlecht. Okay. Das war fair. Hat er gut gemacht. Muss man loben. Hat er gut gemacht. Aber nochmal kriegst das nicht hin. Jetzt bin ich dran. Scheiße. Komme ich gar nicht hin zu denen. Kein Drop, nix. Kein Dankeschön. Jesus Miyazaki. So, jetzt lassen wir mich mal kurz checken. Da war der Eil, äh, der Feuergolem. Da, da, da. Okay, wir müssen nochmal da rein. Weil. Irgendwas habe ich noch übersehen da drinnen. Mit dem wir da rauskommen. Und ich glaube auch, ich weiß schon, was das ist. So ehrlich muss ich sein. Oh, wir gehen erstmal hin, Alter. Rakashas Waffe ist übrigens super. Ja, seitdem sie gebufft wurde, auf jeden Fall. Davor war sie okay. Jetzt ist sie gut. Oh, was ist hier? 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 In freier Wildbahn? Okay. Habe ich ja so mittelmäßig Bock. Aber machen wir, ne? Ich kann ihn sogar beritten machen. Ich kann ihn sogar beritten machen. Wukong werde ich auf jeden Fall mal reinspielen. Ja ich weiß noch nicht ob ich es durchspiele mit oder so. Ok wir müssen mal überlegen, ja wir können hier gar kein, nicht mal ein Bonfire hier, wir können nicht mal Asher War, nix können wir hier. Okay. 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 Oh. Soll ich eigentlich... Soll ich... Oh, nicht noch Fickfrösche dazu. Ihr wollt mich wohl verarschen. Was geht jetzt ab? Oh, nicht noch Fickfrösche. Oh, nicht noch Fickfrösche. Oh, nicht noch Fickfrösche. Aber Blasphemous Blade immer noch krass. Und ich habe noch nicht mal auf Faith geskillt. Aber das ist ja Link. Okay, da muss man natürlich... ...überlegen, was man macht. Soll ich... Soll ich... Was? 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 Das ist aber noch nicht Das ist aber noch nicht Nein, ich hab sie alle weggefrockt Fast alle Das ist aber noch nicht Ach komm Wo kommen diese Frösche her? Von da oben? Vielleicht kann man die vorher irgendwie wegschnitten, ne? Okay, ne? Okay. Hey, wenn der ein bisschen offensiv Wo ist er? Oh, der macht zwei Wurden bestimmt Wo ist er? 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 Wie will man mich ziehen? Oh, lecken mich am Arsch! Dieser Boss ist so scheiße, FromSoft, ey. Man rafft überhaupt nichts. Du bist nur am Kämpfen mit Nachjustieren, dann verlierst du wieder den Fokus. Der Schweden, der Fokus ist, du bist nur amräeble. Der Schweden, der sich anglohbar ist. Der Schweden, die Wirksam ist, ein Gehalt zu kommen. Und das ist ein Gehalt. Ich schreibe mich an die Barsche und jetzt auf die Barsche. Dann schlibe ich ihn mit dem Weg, die Barsche mit Butter, gingen Sie. Bis zum nächsten Mal. Oh, nervt, ey. 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 Oh, frostbite enemy motor. Okay, weg, ich kann ihn auch nicht anvisieren. Oh, nervt, ey. Oh, nervt, ey. Oh, nervt, ey. Oh, nervt, ey. Oh, nein. Oh, nein. Ich kotze, ey. Oh, das ist so nervig. Diese Scheißkamera in dem Kampf. Das ist so schlecht gemacht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Geil! Oh, Autofokus wieder weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt hab ich ihn Da geht er down Bitch Mein Herz Divine Beast Tornado Uiuiuiuiui Die geht die Pumpe ey Das ist wirklich der unangenehmste Gegner im Spiel bislang Aber Zu 90% wegen der Kamera Nichts anderem Aber Blasphemous Blade Bleibt undefeated Von hier könnte man jetzt wieder zurückspringen Und dann wäre man wahrscheinlich wieder Ganz am Anfang richtig Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich witz trotzdem mal da rüber Weil Mir alles so gleich aussieht Dass ich mir manchmal nicht sicher bin Ob ich hier schon war Ja doch Bei dem war ich ja nicht safe Und wann Da Bl89 Das hat Hünen Blood Verstehen D Geh Verstehen Ich war ein Bird Helm. Ich war hier doch noch nicht. Ich glaube, hier war ich schon. Das war jetzt Zufall, dass der das gedroppt hat, glaube ich. Oder ich war hier schon und habe noch nicht gegen den gekämmt. Das kann ich bei uns sein. War ich hier schon? Das meine ich, es sieht halt alles gleich aus hier in dieser Stage. Ich glaube, ich war hier noch nicht. Mann, jede Sekunde ändert sich meine Einschätzung. Also. Aber vielleicht war ich hier doch... Aber wie wäre ich denn dann hier hingekommen? Ich glaube, ich drehe langsam durch. Was mich halt wundert, ist das Ding hier. Hier wäre doch doch nicht. Hier hätte doch irgendwas sein müssen. Ich bin nicht einfach. Ich bin nicht einfach. Ey, deshalb hasse ich mittlerweile Früher war das ein geiles Feature bei Demon's Souls Auf der Playstation 3 Da war das noch hilfreich und cool Mittlerweile ist jeder Ein Comedian Man kann das Rad der Zeit nicht Zurückschauen, Leute Ja gut, also hier scheint Überhaupt nichts zu sein Aber ich glaube ich war auch nicht Nicht da, tatsächlich, weil ich wüsste nicht Wie ich hier hätte sonst hinkommen Vielleicht von oben irgendwo mal runter gedroppt oder so Dann ging es wirklich nur um den Dude und das Item Oder was ist hier Das da sieht noch ein bisschen nach was aus Da unten Oh, unsichtbare Wand, ihr Fucker Das verbiete ich mir Unsichtbare Wände in so einem Spiel Lass mich abstürzen Mit Ehre So Wer den Thaler nicht ehrt Das holen wir uns zurück Und dann beamen wir uns So Hier war der Bogenschütze Am Ende Irgendwie Was war hier Da hüpft es von oben runter Hier habe ich die falsche Wände Equipte Stöhnen Späts 全 Undig Späts Das ist wie so ein Pachinko-Automaten. Das kommt mir irgendwie auch bekannt. Das ist wie so ein Pachinko-Automaten. Das ist wie so ein Pachinko. Oh, allmählich nimmt das hier so Dark Souls 2 Züge an. Ey, wir haben kein geiles Level hier sein. Lass doch einfach einen großen Raum machen und einfach sauviele Gegner reinstellen. Das müsste doch eigentlich auch ganz gut schwierig dann sein. Ja, ey, das könnte... Aber weißt du, was noch besser wäre? Wenn wir all den Gegnern auch noch Fernkampf-Attacken geben. Ja, das wäre richtig geil. Dann können wir ja quasi von allen Seiten aus auf den Ballern. Besser keinen Bock mehr hat und einfach nur durch... Shadow Tree Freakman! Besser keinen Bock mehr hat und einfach durchrennt. Weil, warum nicht? Ja genau, ich kämpfe gegen euch alle drei gleichzeitig. Ja genau, ich kämpfe gegen euch alle drei gleichzeitig. Der Bogenschütz ist offensichtlich auch wieder gut drauf. Aber das freut mich, dass dem wieder gut geht. So, hier war doch auch noch irgendwas. Ah ja, da oben. Das war da. Die habe ich auch noch nicht. Oh, ich habe wieder ein Level. Shadow Tree Level. Okay, einmal den Rundgang gemacht. Völlig umsonst. Da ist ein Bonfire. Und hier ist ein Boss. Oh, Flight Tardew, das ist aber lieb. Er schreibt dir, hi Eddie, wollte ich nur kurz Dank sagen. Ich verfolge dich seit der Giga-Zeit immer mal wieder. Durch deinen Stream zu Eldering bin ich auch dazu gekommen, mein Spiel zu beenden. Sehr schön. So, mal gucken, was jetzt hier uns erwartet. Soll ich schon Equipment... Aber ne, warte, den Shadow Tree, den machen wir natürlich. Lass uns einfach erstmal so reingehen, oder? Immer erstmal reingehen und gucken, was auf einen wartet. Hier können wir jemanden Summonen. Dryleaf Dane. Ist das der Dude, von dem wir Kampfsport gelernt haben? Das ist der, oder? Ist das eine Quest? Muss ich denn irgendwie Summonen, um was von ihm zu kriegen? Karate-Meister. Wir gehen erstmal so rein. Erstmal gucken, was uns erwartet. Oh, kaum sage ich, Dark Souls 2 haben ein bisschen mit einer Skorpion-Lady zu tun. Romina, Saint of the... Bitch. Ah, zwei doofe, ein Gedanke. Uh. Okay, was trifft hier einen? Man weiß es nicht. Alles. Sie. Der Schwanz. Alles. Oh, du lacke Girl. Oh, oh, ich bin tot. Ja. Bisschen zu offensiv, aber dieses Jahr kein Problem. Jetzt müssen wir mal überlegen, wenn die Scarlet Rod ist, was ist sie denn dann nicht? Feuer? Feuer könnte gut sein. Die Waffe war nicht so schlecht gegen sie. Man könnte hier was mit Feuer versuchen. Man könnte wieder Blasphemous Blade versuchen. Staggern weiß ich nicht. Wir könnten... auf Feuer gehen. Ich denke, Stamina ist gut. So könnten wir hier noch... Ist die eine Feuer-Tussi? Ich weiß es nicht. Ah, die Crack-Bottle hätte ich... Naja, egal. Obwohl defensiv. Ist ja nicht nur verkehrt. Wir probieren es mal. Okay, geil. Ja, okay. Ja, vielleicht ein bisschen mehr auf... Range. Ich darf halt gar nichts. Ja, ja, war schon getriggert. Weiß ich doch. Oh, das ist Scarlet Rod gleich gespickert. Und wahrscheinlich wieder eine Atombombe, wie bei jedem Boss im DLC. What the fuck? Also sehe ich das richtig? Wenn ein Schmetterling einen berührt, ist man Insta-Death oder was? Ah, es hat eigentlich ganz okay funktioniert. Ich glaube. Allzu viel müssen wir da gar nicht... ändern. Die Attacke habe ich natürlich überhaupt nicht gerafft, was das sein sollte. Aber ja, ist ja nichts Neues. Okay, wieso treffe ich nicht mit der Waffe? Guck mal, ich treffe nichts. Weil sie... Weil er nach oben zielt, weil ihr Körper da oben ist, trifft die Waffe quasi nicht. Das ist ja gut gemacht. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Was ist das albern, ey? Hat sechsmal so schräg nach oben geschlagen. Und deshalb keinen Schaden gemacht. Wir müssen auf jeden Fall Anti-Scarlet Rod-Dinger reinpacken. Von denen ich nicht allzu viele habe, tatsächlich. Was, ein random Boss, oder? Ich probiere es jetzt noch einmal mit der Waffe, aber das hat leider nicht gut funktioniert, muss man sagen. Guck, seht ihr das? Reduziert die Waffe, also die Reichweite von der Waffe, so krass. Das ist ja super dumm. Das ist eigentlich ein Bug. Druck, er trifft sie da nicht. Ich muss springen, um sie zu treffen. Das ist super dumm. Ich treffe nichts, obwohl die Waffe eigentlich ultra die Reichweite hat. Ist das lame. Das Problem ist, sie wird hier oben anvisiert, also er visiert sie oben an und dadurch gehen die Attacken alle schräg nach oben, obwohl man natürlich auch Damage gerade machen wird und dadurch verlieren die ganzen Waffen an an Distanz. Ich überlege, was dagegen hilft. Tatsächlich könnte da die Kshasa-Straight-Katana funktionieren, was diesen Straight-Slash macht. Ja, abvisieren könnte natürlich auch helfen, mache ich aber ungern bei Bossen, und dann geht es weiter. Ich bin auf der Kschule, die Kshasa-Straight-Katana. Ich bin auf der Kschule, also auf der Kschule. Ich bin auf der Kschule, ich bin auf das Kschule. Ich schleife dann auch so ein bisschen mit, tatsächlich. Ja, verlass ruhig das Level, ganz gut, jetzt bin ich hier alleine. Ich hab die Attacke... Okay, raus aus den Schmetterlingen offensichtlich. Ich schaufe. Ich schaufe. Boah, schade. Aber die Waffe war mittel. Ich hab noch nicht die richtige Waffe für mich gefunden. Für den Gegner. Ah, das könnte klappen. Aber Moment, dann brauchen wir natürlich nicht den Feuertalisman, sondern gehen wir doch lieber auf. Ach, die Physical Damage... Ja, das könnte. Ja, das könnte. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Man muss immer Magic-Dolche in der Hand haben, um den Finisher zu machen, Leute. Das war sogar ein Remembrance-Boss. Jeder Boss hat mittlerweile Atombombenangriffe. Immer zur Hälfte, geht er einmal in die Luft, lässt sich nicht mehr angreifen, klatscht auf dem Boden und macht irgendeine riesengroße Area of Attack. Bisschen langweilig, dass das wirklich jeder Boss hatte. Ich will nicht motzen. Ja gut, wieder ein First-Try. First-Try. Wie soll man es sonst machen, wenn ich First-Try? Gambit-Style, das gefällt mir. Was kriegen wir als Belohnung? Poleblade of the Bud oder Rotten Butterflies. Rot-Build-Up. No Rüstung, wie es aussieht. So, was haben wir da für eine Waffe gekriegt? Ah, das war ein guter Guest, die Knight Rider Glaive mit Phantom Slash, das war, das war der Game Changer. Weil, da hauen halt zwei Typen auf sie drauf, während ich ausweiche. Das war gut. Schöne Hyper-Armor. Okay. Wo ist die neue Waffe? Okay. Poleblade of the Bud. A Weapon of Romina, Saint of the Bud. A Scarlet Black. A dangling, but like, blank. Das war's für ein Bild-Up of Rot. Wands in der Kronvall. Oh. Ich könnte natürlich ein bisschen aus Arcane ausnehmen. So. Wo war das jetzt? Das ist aber ein interessantes Moveset hat die Waffe. Finde ich ganz geil diesen Schwinger von unten. Das weiß ich noch nicht ob das eine geile Attacke ist. Das Moveset finde ich gar nicht so schlecht tatsächlich. Ganz schön schnell verdommen. So. 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 Sollen wir das machen? So. 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 Die Frage ist, habe ich noch offene Quests? Ich habe noch Bale nicht gelegt. Ich glaube, wir sollten den Baum noch nicht anzünden. Tatsächlich. Und rausfinden, wie wir da drüben hinkommen. Das könnte die unsichtbare Brücke sein. Ja, das habe ich auch gedacht. Die Mönche hier, oder? Das ist Demon's Souls, oder? Das sind doch die, die man im Nexus oben anlabert. Bevor es überhaupt quasi losgeht. Die Dudes hier, die Mönche. Komm, da legen wir mal eine schöne Nachricht hin. Wie gehen wir das? Warte mal, wo macht man da? Visions of... Gibt's Demons? Es gibt tatsächlich nicht Demon. Ist Demon die Kurzform von Demi-Human? Das geht. Visions of Old Demi-Human. Für die Demon-Souls-Fans. Wie kommt man da auf die höchste Plattform? Das ist ja das komische Labyrinth. Samen? Ich gehe mal. Have to. Monat? Ja. O-B-Human. Ich gehe mal. Was ist das? Ja. Das ist das. Ja gut, das bringt uns hier natürlich nicht so richtig weiter, aber... Tschin, tschin, tschin! Tschin, tschin! Tschin, tschin, tschin! Okay, wir müssen nochmal da hinten gucken. Also... Ah, okay, ich verstehe, wenn wir hier rausgehen, kommen wir einfach nur... Hier bei dem Dude raus. Ich glaube, dann habe ich hier alles, oder? Dann habe ich hier, glaube ich, in dem Gebiet aber alles, oder? Ich bin unsicher, Leute, ich bin unsicher, weil das hier so ein verwirrendes Gebiet ist und man hier schnell was übersehen kann. Was ist denn mit der... Ach nee, ich habe doch nicht alles. Halt, 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 halt! Wo war denn... Ich weiß... Hier... Hier... Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Und dann kommst du doch hier... Was ist im Real Life? Hey, warte mal, hier ist ja nur... Das... Wir müssen... Naja, hier ist falsch warte... Wir müssen... Hier hin. Wir müssen... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, hier nochmal und dann gehen wir hier. Und von hier gehen wir hier. Aha. Jetzt lacht keiner mehr. Das ist auch ein guter, guter, äh, für ein Foto-Mode, ein guter Shot hier so. Das sieht aus wie so ein Deo-Stick. Was ist das? Raise the Sword of Darkness to the Light. Und wir kriegen ein Sword of Light plus 9. Haben wir es getauscht oder haben wir beide? Die Sword of Darkness to the Light. Was ist das ein Buff? Oder ist das Damage? Wen soll das denn treffen? Aber habe ich das jetzt getauscht? Die schenken mir doch nicht einfach eine plus 9 Waffe. Oder jetzt beide? Da ist das Sword of Light. Ja, siehst du, es ist getauscht worden. Wie es aussieht. Okay. Okay. Jetzt ist das andere weg. Okay, das ist entweder das eine oder das andere. Okay aber das eine war sowieso crap, fand ich. So jetzt habe ich aber glaube ich alles hier oder? Da ist hier noch ein Stockwerk unter mir was. Okay. 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 So habe ich jetzt alles. Okay. 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 Was ist denn das hier? Ich glaube, ich habe alles in dem Gebiet, oder? Chat, was meint ihr? Hast du noch was übersehen? Die Brücke mit dem Riesenarcher? Habe ich doch auch schon gemacht. Ihr dürft aber auch erst eine Meinung haben, wenn ihr aufgepasst habt. Also... Wenn ihr jetzt eben erst vor 10 Minuten eingeschaltet habt, dann seid ihr einfach auch gar nicht... Dann geht die Frage auch gar nicht an euch, Leute. Aber ihr habt recht, guck mal, hier habe ich noch was. Guck. Chat, wie immer, recht. Ein Spirit Calculus. Wichtig. Wichtig und wichtig. Guck mal, jetzt kann man richtig schön sehen, ohne... Ohne Nebel. Mal richtig schön weit gucken. Der Dancing Lion ist platt, wie gesagt. Wenn ihr erst vor kurzem eingeschaltet habt, obwohl der Stream schon 4 Stunden geht, dann kann man doch nicht sagen, er hat was übersehen. Das könnt ihr ja dann gar nicht wissen. Das ist ja dann... Quatsch. Freunde. Das könnt ihr doch nicht bringen. Ach, das ist aus. Was war? Kann ich da runter? Können wir mal die neue Waffe... Ey. Ich mach mal an den Nerventypen jetzt mal so gut. So. So. Na toll. Noll. So richtig geil ist die Attacke nicht, oder? Gemälde schon mitgenommen, aha. Gemälde, weiß ich nicht. Gemälde weiß ich tatsächlich nicht, klingelt zumindest nicht sofort. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aber ich wüsste nicht wo Schau mal das Gemälde Schau mal das Gemälde Das sind die einzigen, die ich hab Bei der unsichtbaren Brücke den Turm runter Bei der unsichtbaren Brücke Den Turm runter Also den hier vor mir Quasi Aber da war ich da nicht auch schon Der unsichtbaren Brücke den Turm runter So, da ist der Turm So, hier ist die unsichtbare Brücke Da unten bei der Blume war ich schon Oder was meint ihr Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist auch noch alte, oder? Leute, ich weiss nicht was ihr meint So, hier ist die Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, also ich mach jetzt erstmal einen Haken an die Sache. Denn als nächstes müssen wir, glaube ich, einen Drachen legen. Und, warte mal. Haben wir noch einen NPC offen irgendwo? Middle Night Leder? Oh, das war's für heute. Das war's für heute. Ja, und? So, haben wir noch einen NPC? Ja, ich will nicht. Entschuldigung, können wir noch einmal abchecken, aber er wird auch nichts sein. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Okay. 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 Good talk. Okay. 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 So, basically von hier. Okay. 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 Das war's. Perfektes Wetter. Phoenix Hawk, vielen Dank für deinen geilen Sub. 15 Monate schon, mein Lieber. Vielen Dank. So, hier. Da waren wir doch ganz am Anfang des Spiels und dann sind wir nie hier lang gegangen, glaube ich. Kann das sein? Hier, glaube ich. Das war der Weg, den ich noch nicht gegangen bin. Weil der mir immer so Angst gemacht hat. Ich sag, wie's ist. Ich sag, wie's ist. War ich hier schon mal? Jetzt kommt mir das doch so ein bisschen bekannt vor. Ah, da hast du ein Alten. Hey, war ich doch noch nicht. Cookbook number six. Hefty red lightning pot. Shadowkeep noch mal anschauen. Stimmt, das hatte ich auch noch auf dem Zettel. Da hab ich bestimmt noch nicht. Shadowkeep hab ich bestimmt noch Sachen ausgelassen. Das kann gut sein. Das war auch wieder so ein verwirrender Dungeon. Das war ich noch nicht. Die Sau. Oh, was ne Sau. Wie mies. Wieso hat diese Message 116 Appraisals, wenn sie nicht stimmt? Die stecken alle unter einer Decke. Hi, riesengroßes goldenes Schaf. Holy shit. Die Sau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist aber echt schlechtes Wetter hier Boah, die bekämpfen sich gegenseitig Wenn zwei sich streiten Das ist bei dem Schwert so dumm Das ist eines der wenigen Schwerter Die so eine Lange Scheide auf dem Rücken haben Und das sieht absolut dumm aus Bei dem Schwert Also wirklich die Hälfte der Zeit Verschwindet es einfach Im Boden Und das sieht gut aus Und das sieht gut aus Und das sieht gut aus Die zwei sind natürlich ein bisschen unfaktisch Und das sieht gut aus Und das sieht gut aus Und das sieht gut aus Boah, habt ihr gesehen, wie der Ding Schnell noch weggezogen hat Unfair, oder? Und der saß Keiner seitwärts Sprung Fratzengeballer Und Bein anvisieren Und rein Da geht er down Dragonslayer 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 Flash A warrior true If ever one there was A fellow Break warrior Egon Pityous Egon Do you not remember? Tuncher your past How once you were Who in fear Was yet foreign To you Ha 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 Okay Your shirt is on the line Wir suchen trotzdem erstmal hier alles ab. Ich weiß nicht, ob es da wohl nochmal ein Bonfire gibt. Nur ein 575.000 Segen. Jacky Peak. Red Folgerblumen. Acht Stück. Was wollt ihr, dass ich damit baue? Was wollen wir FromSoft damit sagen? Habe ich was übersehen? Ein PC? Was? Wo denn? Bei den Drachen. Hä? Ach da! Oder? Hä? Oh Jesus, tatsächlich. Ja. Drake Warrior. Lieber Freund. Gib mir das eine Worte. Take this finger. My finger. Schnell the jagged peak. Face bale the dread. And when you do. Summon me. Summon my soul. My limbs are limbs no more. My heart is twice over filled with fear. But a drake warrior I remain. And my soul yet lies on the mountain. Egon. See that. Aber dann sind die Trey Hadts sauer. Egon. Können die Tryhards nicht enttäuschen. Die Gatekeeper, die Elden Ring Pros. Also der Donny hat's ohne geschafft. Am Abgrund der Dummheit. Sieben Hessen terrorisieren die Welt. Ah, das wird so unloblich. Ah, ich hab noch Karts gesehen. Ah, guck mal. Instinct nennt man das. Leute, Instinct. Nichts kann mich treffen. Der nicht. Auch wenn man sich fragt, wie der jetzt da erschienen ist. Shadow Refragment 1. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? What? So, was ist jetzt hier? So, was ist das hier? Warum? Warum? Das können wir nur abkürzen. Hier muss ja noch irgendwo ein Bonfire her... Senesex! Senesex! Wow! Wow! Leute, hab ich nicht mal ein Bonfire gekriegt? Ich muss pinkeln, ey! Okay, Leute, ich bin gleich wieder da! Ich bin gleich wieder da! Ich bin gleich wieder da! Okay, ich bin gleich wieder da! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Soll ich es mal so probieren? Oh, was? Heavy? Why? Habe ich doch gerade gecheckt. Ich glaube, es ist der Helm. Der Helm ist too much. So, first try. Easy. Nee, da muss man immer so weit laufen. Weil die Blitze, die man hier, sind diese roten Blitze, sind die Lightning oder sind die Holy oder was ist das? Geil, hier, gucken wir mal, wie die Leichen liegen. Das ist dann erstmal das Abchecken an den Seiten. Die Leichen von den Drachen. Drachen pflastern seinen Weg. Ancient Dragonsmithing Stone, Leute. Hier ist gar kein Drache. Oh nein, das wird eine Pflast verschlampt. Aus Versehen die Taste gedrückt. Okay, das ist das Final Bonfire. Untertitelung des ZDF, 2020. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay. Das ist die Frage, kann man den auf dem Pferd machen? Nee, ne? Das ist auf jeden Fall eine fucking große Arena. What the fuck? Erschreckung, Mio. Und direkt eins in die Fresse gegeben. Herzlichen Glückwunsch. Du kämpfst jetzt mit mir. What? Zoom. Okay, nicht reinrollen. Boom. Oh, das ist ein Rapid Attack. Nice. Oh, ja. Phoenix. Ah, das ist mir ein Pferd. Das ist mir ein Pferd. Oh, Schwänz. Der kostet aber viel Flas. Schon zweite Phase. Atombombe. Wo ist er denn? Da. Oh, shit. Oh, nee. Shit, kein Mana mehr. Wow, ich hab nur noch zwei Flas, das wird kein First Driver scheiß. Klebe. Oh, das macht der Breakdance, ey. Was war das für eine Attacke? War doch gar nicht so schlecht für den ersten Versuch. Boah, aber das war eine heftige Attacke da am Ende. Der hat die Flasks nur so weggebrannt, ey. Warte mal. Die defensive Variante ist auf jeden Fall richtig. Kann ich einiges wegtanken. Ach, den Dude müssen wir noch einsetzen. Äh, wie machen wir das? Wo ist der denn? Aber Moment, der hat uns doch ein Item gegeben. Hä? Der hat mir nicht irgendwas gegeben? Wo war denn der... Wo war denn das Item? Hier. Kann ich nicht equippen? Hm. Hat der hier irgendwo ein Symbol? Da. Safe. Ja. Okay. Aber ausgerollt. Ey, lass ihn mich halt summonen. Ah, da ist er. Boah, wie geil. Curse you, Bail. Ich bin hier meine Kräfte. Du wirst diesen Tag verraten. Du behältst einen wahrsten, großen Widerstand. Und ich bin Egon. Dein Geist, Bail. Laberst du nur auch oder kämpfst du schon? Ach, ne? Nein. Das stimmt. Oh, ich habe den. Leitergebracht. Ich lebe doch. Der erbert die ganze Zeit nur. Was denn dieser... Wieso kann man das denn No-Vip-Chop? Und da geht er down, die Bitch. Im 2nd Try. Bail the Dread. Bail the Dread. Du sollst mich nicht mehr... Eventuell hätte ich früher zu dem gehen sollen. Aber Drachen liegen mir irgendwie. Drachen kann ich gut. Das ist die jahrelange Erfahrung mit Demon's Souls. Drachen. Das ist schon richtig krass reingehauen. 4000 Damage. Und ich muss sagen, ich habe gut weggetankt. Ich habe gut weggetankt. Ich habe natürlich sehr auf Defensiv gespielt. Weil mir das bei Mesma auch gefallen hat. Hier auf Defensive Rüstung gegangen. Die schön Lightning Damage hoch macht auf 73. Was schon echt gut ist. Ich habe hier die beiden Talismänner drinne. Die die Damage negieren. Ich habe eigentlich nur einen offensiven Buff. Im gesamten Bild. Meinem... Also ich habe es mir halt so überlegt. Für das Bild. Die Waffe ist eh schon so krass gegen. Die hat ja so viel Bonusschaden gegen... Gegen Drachen. Dass ich nicht noch unbedingt Attack Buffs brauche. Aber ich will keine Glass Cannon sein. Ich will ein, zwei Attacken auf jeden Fall tanken können. Und dann mit dem Crimson Sea Talisman kann ich halt immer fast wieder auf volle Energie kommen. Ich glaube das war die richtige... Das war die richtige Strategie für mich. Was auch sehr gut funktioniert hat ist tatsächlich. Dadurch dass er bei der... Mit der... Mit dem Dragon Wound Slash so in die Luft geht. Habe ich glaube ich das ein oder andere Mal... Ähm... Flächenschaden auf dem Boden gedodged. Aber da bin ich mir nicht sicher. Es wirkte so als ob ich das ein oder andere Mal über irgendwas drüber gejumpt bin. Was mich vielleicht sonst getroffen hätte. Es hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ich habe äh... Es hat ausnahmsweise mal alles ganz gut geklappt wie ich es mir überlegt habe. Demons Souls hat keinen Drachen. Das ist halt Quatsch. Außer den Dragon God der hier einfach nur ein Kopf ist. Hat auch darüber hinaus Drachen. Gegen die man auch kämpft. Tatsächlich. Wie wo? Zum Beispiel vor dem letzten Boss. Der blaue Drachen der oben... Auf der Burg sitzt. Die zwei Drachen. In Boletaria. Auf dem Burgwall. Ich habe auf jeden Fall Drachen gekillt. In Demon's Souls. So. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Reicht nicht ganz. 529 können wir aber poppen. Jetzt geht es zum Ende hin ja ganz schön schnell muss ich sagen. Wir haben richtig viele Bosse schon gelegt. Ich weiß überhaupt nicht wie viel Uhr es ist ehrlich gesagt. Wie sagt die Uhr? 21 Uhr. Wir poppen ein paar Seelen. Eine strade noch etwas drachen. 2 Uhr. 2 Uhr. 1 Uhr. 1 Uhr. 2 Uhr. 3 Uhr. 2 Uhr. 4 Uhr. Wo ist jetzt hier irgendwie dieser Egon? Da unten? Ich hatte wirklich mit viel Schlimmerem gerechnet. Bei Bale. Also Schwierigkeitsreihenfolge bislang vom DLC. Wie gesagt, beim letzten war ich ja noch nicht. Eigentlich müsste man unterteilen in Schwierigkeit und Nervigkeit. Relana definitiv bislang am schwersten. Kommt allerdings natürlich auch drauf an, wie man es machen will. Ich habe mich halt dann irgendwann darauf versteift, sie mit einem Parry-Build zu machen. Im Nachhinein habe ich Videos gesehen von Leuten, die sie einfach mit einem Tank-Build relativ easy gelegt haben. Vielleicht wäre das die bessere Variante gewesen. Mit einer anderen Waffe wäre er auch viel schwerer stimmen. Ohne Waffe wäre er noch viel schwerer. Ähm... Midra fand ich durchaus anspruchsvoll. Der... Der Dancing Lion war auch ein Fucker. Würde ich vielleicht sogar noch über Midra unter Relana sehen. Wobei der ist halt nicht schwer, sondern einfach nervig. Aufgrund der Kamera. Ist hier jetzt noch was in der Arena oder nicht, Leute? Bevor ich jetzt hier den Ort für immer verlasse. Ah, dort wo die zwei Drachen gekämpften. Ähm... Ach ja, Gaius gab es. Gaius war auch nervig, aber nicht so nervig wie der Dancing Lion. Ich würde sagen... Rilaner... ...Lion... ...Midra... Gaius... Der Death Knight gehört auf jeden Fall auch noch irgendwie mit rein, finde ich. Bestimmt schon wieder welche vergessen. Den Zauberer vor Mithra, wer war denn das noch? Ach, der Zauberer, stimmt. Ja, der war, aber der war nicht schwer, der war auch wieder nervig. Aber der, da hatte ich nicht das Gefühl, das werde ich niemals schaffen. Wobei ich auch sagen muss, gegen Relana habe ich auch Shadowtree Stufe 3 gekämpft. Das war vielleicht dann auch schon ein bisschen zu wenig. Deshalb war die vielleicht auch so schwer, weil die hat so unfassbar viel Schaden bei mir gemacht. Und ich habe, trotz Parry und Repos, habe ich so wenig Schaden bei ihr gemacht. Das Nilpferd haben wir noch. Das Nilpferd fand ich nur am Anfang schwer, bis ich gerafft habe, wie ich dem ersten Angriff sozusagen entkomme. Diesem ersten Grab-Angriff. Danach ging es eigentlich. Das war auch ein bisschen nervig wegen Kamera, tatsächlich. Guck mal, hier sind wir aus der Zone raus, wo der Sturm getriggert wird. So müsst ihr es euch ja vorstellen, wenn ihr nach Hamburg kommt. So, bis hierhin. Ihr kommt so, weiß ich nicht, von der A7 oder so. Oh, scheiße. Und dann fallt ihr einfach runter. So, ich kann mich doch auch beamen. So ist es. Der Abgrund bleibt der härteste Boss. So, wo war jetzt Igor? In welche Richtung? Ey, warte mal. Ich blicke hier langsam nicht mehr durch. Hier muss ich nach. Hier geht's runter. Manchmal, wenn man in dem Spiel Wege zurückreitet, sieht man auch immer nochmal andere Sachen, weil man kennt sie immer nur aus einem Blickwinkel auf die Level. Aber wenn man dann mal so einen Weg zurück geht, dann fallen einem auch nochmal Sachen ab. Manchmal, manchmal. Muss nicht sein, aber kann. Kann passieren. Ja? Ich bin. Ich bin. Verantwortung- Ich bin. Hier ist vorbei. Ich kann dir. Ich bin. Wir haben die Luz von 4ık Besorl 같아요. Okay, hier runter. Achso, jetzt kommen hier diese Jumppads, genau. Ich kann nicht hoffen, diese Sachen einzusammeln. Ich werde sie niemals benutzen. Und da liegt was, nämlich... Und das hätte man nicht gekriegt, wenn man ihn nicht gesummelt hätte, oder was? Sehe ich das richtig? Wie doch? Warum habe ich denn eine Jumppads? Ich werde sie nicht erkennen. Wie macht man denn jetzt dieses Egan's Drake? Noch nie die Special Attack von einem Bogen, glaube ich, benutzt. Das ist ein normaler Angriff. Keine Ahnung, also ein bisschen doof, dass man das kriegt, nachdem es keine Drachen mehr gibt. Stimmt, ich kann das Herz jetzt abgeben bei der Tante, beziehungsweise tauschen gegen eine Sache. Habe ich eine Remembrance gekriegt von Bale? Oh, sie ist auch weg, guck. Okay, wir können uns eine Sache aussuchen, Tyranny oder Flame Lightning. Chance Dread, Dragon to Roar? Kein Plan. Oh, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. So. Ich bin da. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Ist da jetzt irgendwas dabei, was mich geil voranbringt? Nie wirklich Nicht wirklich Nicht wirklich Nicht wirklich Kurz ein... Waffen aufleveln, brauche ich ein paar Seelen Was stimmt das jetzt? Was stimmt das? Turns human frame into ancient dragon Reusable Ach, muss man sich wieder nackig machen? Mhm An wen erinnert ihr? Das sieht ein bisschen aus... Ah, ich weiß, an diese Typen aus der dunklen Kristall Falls ihr... Falls ihr das noch euch erinnert Aber leider... Aber leider... ... ... ... ... ... ... ... Das sollte eigentlich reichen erstmal So... ... 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 Wir haben noch eine Glocke gekriegt, die wir abgeben können. Von Egon. Und jetzt gucken wir mal. Was ist denn jetzt Egon? Das taucht gar nicht bei den Specials auf. Egons Harpoon können wir jetzt kaufen. Okay. Anti-Dragon-Effekt. Na toll. So. So. Ne, die Twin-Ex ist nicht. Fünf Sachen. Fünf Sombra-Weapons. Also. Was für mich auf jeden Fall jetzt verdient hat, auf plus 10 zu kommen, ist Rakhaja. Rakshasa. Oder? Benutze ich oft. Ist geil. Macht Sinn. Oder? Wir wissen ja nicht, was wir noch für Waffen finden im letzten Dungeon. Aber eine kann ich ausgehen, glaube ich. Komm. Man muss auch mal was wagen im Leben. So. Was benutze ich noch sehr, sehr viel. ... Mh. Hm. Warum müssen wir das Blade auf verloren. Vielleicht gerne noch Devonias Hammer, Trolls Hammer, Banished Nighthorpe plus 9. Warum hab ich den denn abgegradet? Den hab ich ja schon ewig nicht mehr benutzt. Das hat sich auch richtig gelohnt, das Dark Moon Greatsword aufzunehmen. Naja, es ist nur auf Fluss 19 mal. Ist halt kein Int-Build. Die beiden Bonks. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich hab dich noch sieben weitere dabei. Beide? Eins. Vielleicht bei dein Parfüme. Ich hätte ja die beiden auch gerne noch auf Max-Level ehrlich gesagt. Komm, ich kann es mir leisten. So. Und jetzt will ich noch eine Sache, was ich schon die ganze Zeit machen. Und zwar ist das der... Welches ist der Bogen, der so schnell ballert? Der hier, ne? Der Bone. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, Raschkasa, Schnasa, wo bist du? Divine Bird, hell. Nein, das wollen wir nicht. Ähm. Wo ist sie? Scheiß, hell. Da. Diese Sortierung macht für mich keinen Sinn. Ich muss so... Das Wort. ... Wir machen das rasch. Aksha ist ein Set. Für die extra 8% Damage. Damage, Damage. Dann fliegen hier die Talismaner raus. Und wir machen das direkt wieder aus. Und holen uns noch das wieder rein. Gut to go, würde ich sagen, oder? Und hier sind wir falsch. Und hier sind wir falsch. So, wo war'n das jetzt? Hier. Hier bin euer Mannsbach. Guck, der ist weg. Oh, nee, warte mal. Be summoned to assist... Needle Knight Leder? Be summoned to assist Sir Ansbach. Chat. Wie wichtig ist mir guter Loot? Sehr wichtig. Was ist denn der Loot? Tag, der ist die thôi. Jo кол just, weil ich das gut verkる house sollte, nicht so weitertisch. Ich glaube, das ist, wenn ich das so weit überlebt habe. speculate Mack, das ist es aufge ok. Ich bin der Loch, wenn ich dieтие. Tutbert Vai лож提 HQ schauen. Ich bin der theories. Warumisco? Till Leot da, ich bin der ''Fantacant« Anspach, Ash of War ist overpowered, das will ich. Aber wenn ich Anspach, Ash of War will, dann muss ich ja die andere joinen, oder was? Ich muss ja den killen, von dem ich das haben will, oder nicht? Ich muss ja den killen, von dem ich das habe. Boah, das ist immer so nervig, wenn man sich zwischen Loot entscheiden muss. Anspach, weil ich die Stadt kenne. Man, die ist ja tot, bevor der Dialog fertig ist. Ich werde dich, Samaia, und will nicht zufrieden, von der Dialog in der Zeit. Ich werde deine Witsch, ich werde dir die Todesmacht geben, zu diesem alten Mann. Aber ich bin glücklich, dass deine Entscheidung zufrieden. Jetzt kann ich sogar leben, um sie zu sehen. Ich habe die Chosen in Fire, und ich habe keine Todesmacht, zu den Lorden. Ich glaube, es war Serausmacht für mich. Perhaps I should have known. I want to challenge the two of you alone. I take my leave. For now. Lady Leda, I ask you keep kindly Mikkela in your care. Anspach Longbow. Leda's Rue. Wo ist jetzt die geile Ash of Wurf, die ihr mir versprochen habt? Ich hab mich belogen und betrogen. 8 Arrows at once. Wo ist denn eigentlich mein Knochen? Wo oben bin ich hochgelevelt? Ja? Ja, der ist ganz geil, der Bogen. Also der ist alt. Das ist nicht der, den ich gerade von Ansbach gekriegt hab. Das ist der Knochenbogen. Den wollte ich schon immer mal ausprobieren. Der ist echt geil. Geil. Homing. Dingern. Heavy Load? Red Load. Ähm. Haben wir hier drin alles gemacht, Leute? Ja, oder? Ja. So, haben wir jetzt alle NPCs irgendwie erledigt? Können wir den Baum anzünden? Das ist die große Frage. Das ist die Frage, Leute. Wie ist das? Ede, kennst du Eschersheim? Ja, sicher. Ich hab an der Eschersheimer Landstraße mal gewohnt. Wie ein Junge. Denkst du denn? Aber so hab ich mir eigentlich Bogen immer gewünscht in Elden Ring. Oder in Dark Souls. So schnell muss es nämlich auch gehen, damit Sinn ergibt. Damit man auch Bock hat. Aber... Sehe ich das richtig? Die Magic Errors sind schon ein bisschen geiler, oder? Noch geiler wäre es, wenn man dabei laufen könnte. Das ist schon ganz geil. So, auf Distanz. Plus, es gibt ja theoretisch auch noch die Möglichkeit, den Bogen zu buffen. Precision Aim Shots. Nee, wir brauchen wenn, dann den hier. Attack Power. Und gibt's nicht sogar einen Talisman, der noch weiterschießen lässt? Gab's da nicht was? Nein, wir brauchen die Nachmittag. Wie ist es? 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 Wo ist es? Wie ist es? Wie ist es? Ich meine, es gab irgendeinen Talisman, mit dem man die Distanz erhöhen kann. Ich schwöre. Ah, hier. Okay, das sollen Pfeile sein. Es sahen aus wie X, jetzt habe ich es mir noch nicht angeguckt. Increases Bow Effective Range. Ist eigentlich ganz geil. Das sind zwei ganz gute Talismaner für Bögen. Die Hand könnte doch auch gut knallen. Welche Hand? Ach, die Hand. Du meinst ein Talisman-Dings? Successive Attacks. Äh, hier. Die hier. Ja, das ist die Frage, ob das Auswirkungen hat. Successive Attacks. Ob das bei diesem Bogen gilt. Bin ich mir selber nicht sicher. Ja, probier doch mal. Ist nicht so leicht. Es müsste eigentlich ein Gegner sein, der nicht so aggro. Übrigens ganz wichtig, diese Magiepfeile sind sehr, sehr stark, aber die kann man nur bauen, was natürlich sehr nervig ist. Man kann sie aber auch kaufen. Wenn man die Glocke dafür hat. Die muss man sich aber erst umständlich besorgen. Und dann kann man die hier bei den Twin Maidens abgeben. Und dann kann man sich Magic Arrows kaufen. Hier. Nee. Nee. Quatsch. Wer hat die denn? Irgendjemand hat die. Ich weiß nicht mehr wer. Das habe ich eigentlich neulich erst gemacht, aber schon wieder vergessen. Hier kriegst du auf jeden Fall die Holy Arrows. Hier. Der Imprisoned Merchant. Welcher ist denn das nochmal? Der Imprisoned... Der Imprisoned Merchant. Welcher war das nochmal? Imprisoned Merchant. Und... Ach, ich glaube... Ist der bei Mock? Ich glaube bei Mock ist der in der Höhle. Also wenn ihr magische Pfeile kaufen wollt, müsst ihr erst die Belle von dem holen. Und dann könnt ihr hier richtig geil Pfeile kaufen. Ähm... Mit Magic Damage. Ähm... Mit Magic Damage. Aber es ist ja nervig immer da hin zu gehen, um da zu kaufen. So. Jetzt... Können wir glaube ich... So Leute. Jetzt lasst doch mal kurz überlegen, bevor wir irgendwas machen, was wir nicht mehr rückgängig machen können. Jetzt können wir, glaube ich, gechillt den Baum anzünden. Um hier diese Area. Ist eigentlich ganz lustig. Man fängt hier an und man macht quasi so einmal so einen Kreis. Naja... Plus Minus. Und am Ende kommt man hier rum. Da... 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 Do you know... Do you know... Aber mit dem ist irgendwie nix. Ey, eine Sache habe ich noch nicht raus Und zwar, wo war das denn? Das war die eine Hier Hier war so eine Höhle Und jetzt könnt ihr mal mir sagen, wie man da hinkommt Weil das habe ich nicht rausgefunden Soll ich es nochmal zeigen? Ist allerdings ein sehr nerviger Weg dahin Da lag auch noch ein Item Da ist eine Höhle, ja Ich zeige es euch Natürlich nicht so easy hinzukommen Wegen den dummen Snipern Aber wir versuchen es So, wir wollen hier hin So, wir wollen hier hin So, wir wollen hier hin So, da müssen wir nämlich diesen Bogen da unten machen Und wir können hier von hier oben Da nicht so leicht runter So, Fingerrunes of Deo Hier können wir runter So, das habe ich wirklich nicht rausgefunden Wie man da hinkommt Jetzt wird es gleich neblig Das hilft natürlich nicht So, und hier oben Man sieht es von Nein, von hier nicht wegen dem Scheißnebel Sieht man nix Ein bisschen sieht man es Da Seht ihr es? Ihr seht das Item, ne? Da seht ihr auch die Höhle Und ich weiß nicht, wie man da hinkommt Von oben kann man nicht droppen Das habe ich schon versucht Das ist zu hoch Meine Vermutung ist Dass es halt von innen Dass man irgendwie nach innen geht Ins Loch springen Das mittig ist Da, wo gerade die Hände waren, ne? Das habe ich mir eben auch überlegt Das ist mir nämlich vorher noch nie aufgefallen Dass da ein Loch war, wo Hände rauskrabbeln Ja, 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 ja Das ist mir nämlich auch noch nie aufgefallen Warte mal Wir beamen uns lieber Aber jetzt kann ich mich nicht beamen Wegen Gegnern Eben bin ich zufällig vorbeigelaufen Habe ich mich noch gewundert Da, wo ich nämlich kurz im Strauch stecken geblieben bin Aber dann waren da so viele Hände wieder Und dann habe ich gedacht Nicht so sehr Wo war das? Hier irgendwo Ich bin glaube ich mir Ich bin wohl Auch da, wo ich nicht Ich bin 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 Welches miese Schwein. Einfach nur geil, der Bogen. Aha. So, hier ist es, oder? Guck an, so schnell kann man das übersehen, aber nicht mir, dem Super-Looter, mir kann das nicht entgehen, what the fuck, giant man? Alter, wie man mit dieser Waffe aber auch wirklich nichts trifft, obwohl sie so groß ist. So, hier ist es, oder? So, hier ist es, oder? Call it a handjob. Finger Creeper Ashes. Eine Rune. Aber egal, es war wichtig das rauszufinden. Hätten wir das zumindest auch. Das hätte man aber auch mal auf der Map irgendwie einzeichnen können, dass da ein Loch ist, oder? So, jetzt können wir glaube ich den Baum anzünden. Warte mal. Eine Sache hat doch noch gefehlt. Und zwar hier in dem Turm. Das müsste ich tatsächlich nochmal abchecken. Wo waren das nochmal? Vielleicht muss man das bei Nacht machen. Daher. 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 Bin ich ab und zu noch in Frankfurt? Ja, nicht mehr so oft tatsächlich, aber ein paar Mal im Jahr bin ich noch in Frankfurt. Hier, das könnte man natürlich auch mal bei Nacht abchecken tatsächlich. So, wo waren die denn jetzt? Hier, ne? Hier, wo waren die Schrauben? immer noch nichts keine ahnung habt ihr das gemacht bei mir war da immer nix puppet of anna wenn ich mich da anders entschieden hätte im gewächshaus schade naja gut dann halt nicht sorg dann gibt es jetzt nur noch baum anzünden und letzte dungeon oder was ich kann es nicht glauben ich will es nicht wahrhaben so 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 Bögen 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 oder Bogen ist die Mehrzahl von Bogen auch Bogen der Bogen die Bogen die Bögen Bogen so 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 okay aber waren wir nicht schau mal hey man kann sich gar nicht beamen alle alle beaming stations sind kaputt oder was jetzt geht's wieder weil wir waren doch schon jetzt muss ich mir das doch nochmal angucken so 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 dann ging's hier weiter und hier war doch dann zu was ist denn jetzt da traf ich nicht hier geht's jetzt nämlich auch rein aha hier war doch zu hier war doch alles vernagelt wenn ich mich recht entsinne so dann hier das Das ist auch Enie Elim. Hä? Jetzt kann man den Dungeon von zwei Seiten betreten. Ja, sehe ich das richtig? Was auch eher ungewöhnlich ist. Ah, und da unten war ich doch. Denen Typen habe ich doch gerade eine gelangt. Okay, das ist die Connection. Dann kommst du hier raus. Ja, gibt sich nicht viel, ne? Ist, äh, ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Oder was? Lol, du idioten Kind. Da flext er vor mir rum und fällt vom Treppengelände. Poser, ey. Das war wie Indiana Jones, der Typ mit der Peitsche, wisst ihr? Pff. Okay. Ist das? Nicht Arcane, ich trottel, egal. So, Freunde, das heben wir uns natürlich fürs nächste Mal auf. Es tut mir leid, aber ich werde heute nicht dieses Spiel zu Ende spielen. Auf gar keinen Fall. Das heben wir uns noch schön auf in der nächsten Folge. Also, ihr könnt gerne noch in die Comments schreiben, wenn ich irgendwas noch Wichtiges übersehen habe. Ab jetzt könnt ihr Backseat gamen, also rückwärts. Natürlich nicht in diesem Dungeon und was noch in der Zukunft kommt, aber wenn ich irgendwas Wichtiges übersehen habe, sofern ihr auch dieses Let's Play von Anfang bis Ende geguckt habt, dann könnt ihr es gerne in die Comments schreiben. Ansonsten, wenn euch dieses Let's Play bis hierhin Spaß gemacht hat, lasst ein Like da. Und ich habe endlich herausgefunden, was die Glocke macht. Also, es ist wirklich sinnvoll, die Glocke zu drücken, weil ihr dann informiert werdet, wenn mein Kanal neue Inhalte macht. Also, wenn euch meine Inhalte gefallen, drückt die Glocke. Und ja, vielen Dank. Das ist für mich!